Janine Wissler Reviewer Als ich klein war, und auch noch später als Jugendliche, war ich oft ziemlich sauer, bockig, wütend, eingeschnappt. Und wenn ich mich total aufgeregt habe über etwas, was ich ungerecht fand, dann habe ich oft gehört, wer schreit, hat Unrecht. Getroffene Hundebellen, von meiner Oma übrigens, nächstes Jahr erst wieder. Und was sie ja damit meint ist, wenn jemand so emotional ist, dann kann man nicht mehr sachlich bleiben, dann kann man mit dem nicht mehr diskutieren, man kann denjenigen nicht ernst nehmen. Und ich verstehe das auch. Ärger ist keine angenehme Emotion. Ärger ist laut, aggressiv. Und wenn Ärger in eine aggressive Handlung mündet, dann kann es auch gefährlich werden. Aber auch andersrum. Ich erinnere mich immer wieder an eine Geschichte, als ich noch Studentin war und meine Diplomarbeit geschrieben habe und in meinem WG-Zimmer saß und ein richtig schwieriges Computerproblem lösen konnte. Und ich springe in meinem Zimmer rum und feiere mich richtig und bin so stolz. Und das hat man gehört. Und mein WG-Mitbewohner kommt vorbei und meint nur, dass du dich immer so feiern musst. So, Ärger darf man nicht zeigen. Stolz darf Frau auch nicht zeigen. Und natürlich gibt es diese Anzeigeregeln, diese Regeln, wann man Emotionen zeigen darf. Das ist natürlich nichts Neues, dass man Emotionen unter Kontrolle haben sollte. Ihr könnt ja mal mit überlegen, wann das letzte Mal jemand zu euch gesagt hat, braucht ihr doch keine Angst vorhaben, wenn ihr vor einem ganz, ganz wichtigen Termin wart, wie zum Beispiel Ted Talk halten. Oder regt dich doch nicht so auf, wenn ihr euch über jemanden aufgeregt habt, der euch irgendwie zu nahe getreten ist. Oder auch, pscht, nicht so laut, wenn ihr so richtig auflachen musstet, weil einfach was total lustig war. Oder auch, Eigenlob stinkt, wenn ihr Stolz gezeigt habt, weil ihr was richtig gut könnt. Ich glaube, dass das so die Gründe auch sind, weswegen ich mich heute so viel in meiner Forschung mit Emotionen und Emotionsregulation beschäftige. In einem meiner Fachgebiete der Arbeits- und Organisationspsychologie heißen diese emotionalen Regeln Display Rules. Und das Befolgen dieser Regeln im Arbeitskontext nennt man Emotional Labour, also Emotionsarbeit. Denn das ist richtig harte Arbeit. Zum Beispiel Servicekräfte, die immer mit einem Lächeln, immer mit einer freundlichen Art dem Kunden begegnen müssen, obwohl der oder die vielleicht jetzt total unfreundlich ist. Oder auch in einer anderen Richtung. Sicherheitskräfte, Polizistinnen und Polizisten, Security-Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Justizvollzug. Die müssen einen neutralen, vielleicht sogar sehr ernsten, ärgerlichen Gesichtsausdruck an den Tag legen, obwohl die sich vielleicht jetzt gar nicht so fühlen. Zum Beispiel frage ich mich immer, wenn ich bei Konzerten bin, wie die Securities, die da vorne stehen, so ruhig und ernst bleiben können. Vielleicht sind die ja auch Fan von dieser Künstlerin oder diesem Künstler. Aber die stehen so da. Neben diesen manchmal auch offen kommunizierten Regeln im Beruf, gibt es auch noch ein bisschen implizitere Regeln bezüglich dem Verhalten und den Emotionen, die man zeigen darf. So ist es so, dass von Führungskräften erwartet wird, dass man die so sieht, dass die durchsetzungsfähig sind, ambitioniert, mutig, sachlich, analytisch, eben wenig emotional. Und vielleicht fällt euch ja auf, dass das auch die Eigenschaften sind, die man von Männern erwartet. Professor Schein hat dafür schon in den 70ern den Begriff Think Manager, Think Male geprägt. Von Frauen erwartet man eher, dass sie emotional sind, kommunikativ, sozial, warm, fürsorglich. Und das passt gut zu Krankenschwestern, zu Erzieherinnen, zu Lehrerinnen und natürlich zu Müttern und zu Hausfrauen. Aber Führungskräfte? Auch bezüglich wirklich des Zeigens von Emotionen konnte eine kürzliche Forschung zeigen, dass dieses Think Manager, Think Male stimmt. Professor Andrea Fischbach hat gezeigt, dass Menschen glauben, dass der Emotionsausdruck von Frauen weniger gut zu dem Emotionsausdruck von Führungskräften passt, wie der von Männern. Und in einer eigenen Studie mit meiner Kollegin Annika Ehmels und einer Masterstudentin, der Julia Kohhorst, konnten wir das auch zeigen. Die Menschen, die wir befragt haben, die glauben, dass Frauen mehr Scham und Schuldgefühl ausdrücken, als das Männer machen und als das Führungskräfte machen. Und dass damit Männer und Führungskräfte besser zusammenpassen. Ich bin davon überzeugt, dass auch diese Stereotype bezüglich Emotionen und des Ausdrucks von Emotionen dazu beitragen, dass wir immer noch so wenig Frauen in Führungspositionen sehen. Trotz aller Maßnahmen. Von Männern wird also erwartet, dass sie weniger Emotionen zeigen. Und wir finden auch in der Forschung, auch in unserer eigenen, dass Männer tatsächlich häufiger ihre Emotionen unterdrücken. Nun können wir ja sagen, okay Frauen, macht das doch einfach auch. Dann klettert ihr die Karriereleiter nach oben. Sollten wir das sagen? Ich sage nein, weil wenn Frauen sich wie Männer verhalten in solchen Situationen, nämlich durchsetzungsstark, ambitioniert, mutig, sachlich, wenig emotional, vielleicht auch ein bisschen aggressiv, dann werden sie negativer bewertet, als wenn Männer das tun. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist Hillary Clinton im Präsidentschaftswahlkampf 2016, die die gleichen Ambitioniertheit gezeigt hat wie Bernie Sanders und Donald Trump. Und es wurde ihr negativ ausgelegt. Sie ist einfach too ambitious, she tries too hard. Auch in einer anderen Hinsicht würden wir Psychologen nicht empfehlen, Emotionen dauerhaft zu unterdrücken, weil das hat negative Gesundheitsauswirkungen. Wir wissen, dass mehr Burnout berichtet wird, wenn Personen im Beruf häufiger Emotionen unterdrücken müssen. Das geht bis zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die häufiger auftreten bei Personen, die häufig Emotionen unterdrücken. Aber auch Leistungseinbußen. Das hat Wissenschaftlerinnen um Alicia Grandi schon dazu geführt, die Abschaffung dieser Display Rules, dieser Anzeigeregeln zu fordern. Und ich denke auch, dass Menschen ihre Emotionen gar nicht immer unterdrücken wollen. In einer anderen Studie, die wir mit Mandy Schoppe, einer anderen Masterstudentin durchgeführt haben, hat uns eine männliche Führungskraft dieses Zitat mitgegeben. Gefühle, positive wie auch negative, sollten auch als Führungskraft gezeigt werden. Dies macht die Person menschlich und authentisch. Das heißt also, die Personen, auch Männer, nehmen diese Spannungen wahr zwischen dem, was sie zeigen wollen und was sie dürfen. Und auch im Vertrauen kamen hinterher noch viele dieser Führungskräfte auf Mandy zu. Natürlich nur allein, nicht offen vor allen. Und haben gesagt, das kotzt sie manchmal an, dass es diese Regel gibt, dass sie ihre Emotionen nicht zeigen dürfen. Und sie würden es gerne öfter machen wollen. Und wir wissen als Psychologen schon sehr lange, dass das, was Führungskräfte eigentlich brauchen an Fähigkeit, ein flexibler Umgang mit ihren Emotionen ist. In diesem Magazinartikel nennen sie es sehr schön emotionale Agilität. Wir Psychologen würden emotionale Intelligenz sagen. Aber was ist emotionale Intelligenz? Peter Salloway und John Mayer haben sich schon sehr früh damit beschäftigt und sagen, emotionale Intelligenz ist die Fähigkeit, Emotionen erkennen zu können, Emotionen nutzen zu können, sie verstehen zu können und sie managen zu können. Vielleicht fällt euch auf, dass hier überhaupt nichts von unterdrücken steht. Beim Managen könnte man das mit reinmachen. Aber es ist nur ein kleiner Teil. Ich möchte mir einen dieser Punkte nochmal genauer rausgreifen. Emotionen verstehen können. Die Autoren schreiben hier, dass das die Fähigkeit ist, emotionale Informationen zu verstehen. Und diese Informationen und deren Bedeutung anzuerkennen, wertschätzen zu können. To appreciate such emotional meanings. Aber bevor wir das wertschätzen und anerkennen können, müssen wir ja erstmal wissen, was Emotionen bedeuten. Und bei aller Vielfalt gibt es eine relativ grundlegende Bedeutung von Emotionen. Gefühle, vor allem sehr starke Gefühle, treten immer auf, wenn Situationen sehr, sehr wichtig sind. Man will nicht gefressen werden, zum Beispiel. Oder man will nicht schlecht bewertet werden, wenn man hier vorne steht. Wichtige Situation, viel Angst. Und wie entstehen dann diese Gefühle eigentlich? In so einer wichtigen Situation ist meistens ein Ziel in Gefahr. Oder auf jeden Fall ein starkes Ziel da, was man verfolgen möchte. Im Gehirn passiert dann Folgendes. Diese kleine Struktur der Amygdala wird aktiviert, immer dann, wenn ein Ziel in Gefahr sein könnte. Und das Ziel ist eben, nicht nur gesund und nicht verletzt zu werden, sondern auch, ich möchte das Projekt jetzt erfolgreich abschließen. Ich möchte hier einen guten Talk halten. Und wenn diese Amygdala aktiviert ist, dann setzt sie eine ganze Kaskade von physiologischen und hormonellen Prozessen im Körper in Gang, der nicht mehr aufzuhalten ist. Man kann ihn abschwächen, etwas verkürzen, aber erstmal ist das nicht mehr aufzuhalten. Also die sind da, die Emotionen und die Reaktionen. So viel zur Biologie, aber was bedeuten denn einzelne Emotionen? Die wollen wir ja auch wertschätzen. Es wurde schon angesprochen, dass ich auch Trainerin bin und in dem Training emotionaler Kompetenzen, was ich häufig durchführe, stelle ich an einem bestimmten Punkt immer diese Frage. Und ich möchte euch jetzt mal einladen mit zu überlegen, was ist das Gute daran, Freude zu haben? Und was ist gut daran, Stolz zu empfinden? Was ist gut daran, traurig zu sein? Was ist gut daran, Schuld und Scham zu empfinden? Was ist gut an Angst und was ist gut daran, ärgerlich zu sein? Bei einigen fällt es euch vielleicht ein bisschen einfacher, bei anderen vielleicht auch nicht. Ich würde gerne mal die zwei Problememotionen, die ich am Anfang genannt habe, herausgreifen. Ärger und Stolz, also meine Problememotionen, und die näher erklären. Ärger tritt immer dann auf, wenn jemand dafür verantwortlich ist, dass das eigene Ziel in Gefahr ist. Wenn jetzt hier vorne jemand total gähnen würde und immer die Augen verleiern würde, dann hätte ich das Gefühl, der mag meinen Talk nicht und verbreitet das weiter. Notwendig ist der Ärger, um mobilisiert zu werden, sich zu wehren. Entweder was zu sagen oder einfach zu zeigen, das überschreitet meine Grenzen. Stolz, ein sehr wichtiges Gefühl. Stolz tritt immer dann ein, wenn man etwas richtig gut gemacht hat und man selber daran einen Anteil hatte. Dieses Gefühl ist für den Körper eine massive Belohnung. Das ist der gleiche Mechanismus, den wir ja auch bei Kindern anwenden, wenn wir die loben. Wir wollen, dass sie das Gleiche nochmal machen, dass sie sich auch wieder so anstrengen. Und genau das macht Stolz mit uns Erwachsenen auch. Die anderen Emotionen gebe ich euch mal als Hausaufgabe mit oder wir reden in der Pause noch drüber. Aber warum verwehren wir uns denn dann diese Emotionen manchmal, obwohl die so eine Funktion haben? Naja, das liegt an diesen Erwartungen. Frauen sollten möglichst wenig Stolz zeigen, sonst gelten sie als eingebildet. Ärger ist auch nicht weiblich, denn die Frau ist sonst eine Bitch. Männer sollten möglichst nicht traurig sein, keine Trauer zeigen, sonst sind sie ein Weichei. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Oder auch, das weiß man auch aus der Forschung, wenn viel Freude von Männern gezeigt wird, dann gelten sie manchmal als uncool. Aber wie ich gezeigt habe, wissen wir Psychologen, dass emotionale Intelligenz eben nicht bedeutet, diese Emotionen nicht zu haben oder zu unterdrücken, sondern sie zu erkennen, zu verstehen und zu akzeptieren, zu nutzen und ja auch in bestimmten Situationen zu regulieren. Also liebe Führungskräfte, liebe Managerinnen und Manager, wenn welche hier sind, traut euch authentisch zu sein. Zeigt eure Gefühle, auch die negativen, auch Traurigkeit, auch Schuld, wenn Fehler aufgetreten sind. Und vor allem stolz, aber auch alle anderen. Heißt eure Emotionen willkommen. Akzeptiert, dass diese Emotionen aus gutem Grund da sind. Und das gilt für alle, für Männer, für Frauen und für Personen, die sich keinem Geschlecht zuordnen. Auch wenn man in einigen Situationen Emotionen regulieren muss, in den meisten Situationen sind sie sehr gute Partner. Denn Heart and Mind sind nicht trennbar. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. 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 Applaus